Drei, ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception, ich bitte, falls nur bei P.O. oder auch Chris, wie ihr mich nennen könnt, und wir sind hier in der Rupal-Kali-Wüste und laufen ein bisschen. Wir sind aus dem Flugzeug abgestürzt, haben noch eine Waffe bekommen können, und sind jetzt in der Rupal-Kali-Wüste, die natürlich Seelen verlassen, da ist, und wir können nichts machen, außer einfach gehen. Ich hab keine Ahnung, wohin wir gehen überhaupt. Ich geh einfach mal geradeaus. Oder es sieht nach einer Wasserstelle aus. Oder nach Fata Morgana. Aber ich denke mal, das ist eine Wasserstelle, oder? Ja, da vorne ist doch Wasser, oder nicht? Endlich. Komm schon. Give me all. Egal, ob kalt oder warm. Verdammt. Oh, Mist. Das muss ein Scherz sein. Und jetzt? Gehen wir wohl weiter, ne? Okay. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Ach, komm schon, Nate. Okay, da? Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Mist. Ich hätte zur Navy gehen sollen. Mit wem? Sally? Wie fühle ich eigentlich? Bin ich erschöpft? Sully. 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 Sully, warte doch auf mich. Ja. Was zum Teufel ist das? Holy shit. Ganz viel Wasser. Immer weiter. Welche Wurzeln klammern hier? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, er rätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist. Verdammt, Nate. Scheißdreck. 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 Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Und ich zeige dir etwas anderes als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Oh, es ist Nacht. Und in Wüsten nachts ist es immer kalt. Sehr kalt. Sehr kalt. Was ist das denn? Was ist das natürlich, du hast du mit dem Gefühl? Das ist das so schnell ist. Sully? Nate! Nate! Sully! Simon! Wach auf! Sully? 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 Welche Richtung sollen wir überhaupt gehen? Natürlich schaffen wir das, aber welche Richtung? Wo ist Sully? Sully! Endlich! Die Zuflucht, die wir gesucht haben. Komm schon, wir schaffen das! Lass das bitte, kein Vater Morgana sein. Nein. Mist. Eine Geisterstadt. Kapitel 19. Die Siedlung. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal... Kurz Zeit für den Schatz. Interessant. Da komme ich nicht durch. Ist ein anderer Weg. Da sehe ich ja schon was zum Hochklettern. Musst du mir wieder alles kaputt machen, Nate? Was? Dann noch gibt's. Da musst du ihn zurück. Da gibt es den Boden. Okay. Verdammt. Verdammt ausgetrocknet. Mist. Nicht trinkbar. Schade. Okay. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Okay. Komm schon. Oh Gott. Was machen die denn hier? Komm schon. Gib mir die Knarre. Mann, was machen Malo's Männer hier? Oh nein, nein, nein. Vorsicht. Holy shit. Oh shit. Scheiße. Scheiße. Ich spekuliert, um eine noch zu kriegen.